Bei manchen Keksbestellungen fallen mir tausend Ideen ein, bei anderen wiederum bin ich einfach komplett lost. Und heute haben wir so einen Fall, Leute. Das Thema ist Bauzeichner. Nicht nur das, also das Thema ist irgendwie schon schwierig, aber ich habe auch nicht wirklich viel Zeit, deswegen werden es nur süße zwei Kekse. Übrigens mache ich mir vor allem, wenn ich nicht richtig weiß, in welche Richtung es gehen soll, vor allem noch so ein paar Skizzen, um einfach ein paar Ideen zu sammeln und zu schauen, wie die Formeln zueinander passen. Ich hatte mit Bauzeichnern noch keine Mührungspunkte in meinem Leben, aber ich hatte damals technisches Zeichnen in der Schule. Deswegen wusste ich noch, dass die auf jeden Fall so ganz große, komplizierte, vollgezeichnete Pläne haben und die wollte ich auch umsetzen. Ich dachte mir schon, dass es eine Zeit lang dauern wird, bis ich quasi so einen Bauplan mit einem Lebensmittelstift auf einen Keks übertrage. Deswegen musste es mit dem zweiten Motiv noch einen Ticken schneller gehen. Da habe ich mich einfach für einen Helm entschieden, für so einen Baustellenhelm. Ich hoffe, das passt. Außerdem finde ich es immer ganz cool, noch so ein bisschen Farbe mit reinzubringen, damit das Ganze nicht ganz so langweilig aussieht. So Leute, das hier ist das Endergebnis. Ich finde, dafür, dass das Thema jetzt nicht das kreativste ist, habe ich auf jeden Fall eine sehr coole Lösung gefunden. Ich bin sehr happy mit den Keksen.